Und wir machen jetzt weiter mit dem Sport hier in Düsseldorf Aktuell und Martin Ammermann. In Mettmann wurde gestern Basketball gespielt. Die NRW Street Basketball Tour macht Station in 16 Städten in Nordrhein-Westfalen und mitmachen kann jede Mannschaft, die drei Leute und einen Ersatzspieler stellen kann. Fast 200 Teams haben sich dafür gestern alleine in Mettmann gemeldet. Pascal Heitern war vor Ort. Bereits zum vierten Mal machte die Street Basketball Tour Station in Mettmann. In diesem Jahr waren 167 Teams angemeldet, so viele wie noch nie. In insgesamt neun Kategorien gingen Kinder, Jugendliche und Erwachsene auf Korbjagd. In Siegern winkte eine Teilnahme am Finale der Tour in Münster. Die persönlichen Ziele hatten sich fast alle Teams hochgesteckt. In erster Linie eigentlich zu gewinnen, aber sonst eigentlich Spaß haben, mit Freunden hier treffen. Und ja, das Ziel ist auf jeden Fall. Gewinn oder nichts. Auf jeden Fall für uns gibt es keine andere Option. Also wir sind nur hier, um zu gewinnen. Also wir haben uns erstmal vorgenommen, viel Spaß zu haben, trotz des schlechten Wetters. Und einfach möglichst weit zu kommen natürlich, aber dabei auch Spaß zu haben hauptsächlich. Borders Paradise! Bis es losging, mussten die Teams wie zum Beispiel Borders Paradise aus Hilden wegen des schlechten Wetters fast zwei Stunden warten. Dann entschieden die Veranstalter, nur die Älteren auf den zwölf Plätzen an der Könnecke-Straße spielen zu lassen, da man ihnen zutraute, auch unter diesen Bedingungen vernünftig zu spielen. Für die jüngeren Teilnehmer hieß es umziehen in eine von zwei in der Nähe gelegenen Hallen. Cedric Pausch war einer von insgesamt 40 Schülern, die halfen, für einen reibungslosen Ablauf der Veranstaltung zu sorgen. Ihnen gebührte ein besonderer Dank der Ausrichter. Also sie haben eine ganz wichtige Bedeutung. Einmal, weil wir wissen, die sind als Klassen für dieses Projekt da. Die helfen morgens ab 9 Uhr mit dem Aufbau für die zwölf Cords. Da ist sehr viel zu tun. Gleichzeitig sind sie auch zuständig als Cordswatcher, als Cordsbeobachter. Weil bei dem Street Basketball-Tour gibt es keine Schiedsrichter. Es gibt diese Beobachter, die nur im Extremfall mal eingreifen. Bei den Herken gehörten das Team von TakeOver hier im Angriff sowie das verteidigende Dynamic Squad zum Favoritenkreis. Denn ihre Spieler wie John Lopez Pedro sind sonst alle in der ersten Regionalliga aktiv. Pedro war es auch, der diesem Spiel seinen Stempel aufdrückte und so dafür sorgte, dass seine Mannschaft ins Halbfinale einzog. Am Ende reichte es für TakeOver zu Platz 3. Auf diesem fanden sich auch die Spielerinnen von Ballers Paradise in der Damenklasse wieder. Außer Konkurrenz traten sie noch gegen eine U17 aus Hagen an. Die gewann ihre Klasse souverän und zeigte auch den älteren Hildnerinnen ihre Grenzen auf. Den Unterlegenen machte das jedoch nichts. Ja, also das war ja nur ein Freundschaftsschuh sozusagen, weil unsere Gegner nicht angetreten sind. Und also das ist natürlich auch eine andere Liga gewesen, aber es hat halt auf jeden Fall Spaß gemacht. Und man lernt ja auch immer was, wenn man gegen Besseres spielt. Und deshalb durften sich bei der Street Basketball-Tour auch alle als Gewinner fühlen. Und eine Meldung aus dem Sport gibt es noch. Sebastian Vettel und Michael Schumacher kommen wieder nach Düsseldorf. Ende des Jahres findet in der Esprit Arena wieder das sogenannte Race of Champions statt. Das wurde am frühen Abend seitens der Arena bestätigt. Bereits im letzten Jahr gab es die Veranstaltung in Düsseldorf. Für dieses Jahr wurde sie kurzfristig von Frankfurt nach Düsseldorf verlegt. Das war's vom Sport. Das war's vom Sport.